so mir fällt ein dieser hibiskus den müssen wir doch irgendwo abgeben war das nicht so müssen wir den nicht bei irgendeiner trolle abgeben hier ist dieses hier ist dieses komische rennen hier ist dieses komische rennen hier ist eine treppe hier ist eine eulenstatue okay okay hier ist das ich glaube so ich glaube diese area kannst du das spiel weiterempfehlen also zelda eigentlich ja eigentlich ja aber es ist halt auch wie gesagt teuer es ist ein teures spiel auch ich weiß nicht ich glaube bei dem preis haben die leute eine gewisse erwartungshaltung und es kann sein dass die erwartung dann nicht erfüllt wird aber mir persönlich macht das spiel so fun wie gesagt altes spielkonzept aber es ist funktioniert es funktioniert das ist quasi zeitlos immer ein ohrwurm von stunden der zeit kenne ich gar nicht also die lieder namen die kenne ich gar nicht letztens auch das den ganzen tag im kopf und ist dafür wenn eine mysteriöse weise auf eine pizza bei mir steht das ist echt komisch vor allem die gute pizza mit der sauss-holandaise das vergesse ich seitdem seit dem tag als du das geschrieben was echo habe ich lust auf pizza mit sauss-holandaise und bitte sagt mir jetzt nicht du warst das nicht weil dann zweifelig so langsam an meiner ups an meiner dings mein erinnerungsvermögen genau die war es wieder doch war ich auch sehr gut als kurz am zweifeln heute wie ist das sound wie ist das sound ist in ordnung ich bin nicht zu leise oder so das spiel zu laut mein ohrchen ist das spiel jetzt schon ein bisschen laut ich weiß aber nicht bei euch muss das nicht der fall sein ich glaube ich glaube die musik die konnte man hier irgendwo einstellen nee konnte ich nicht und ich nicht pizza mit so soll und der ist probieren lara probieren ist sehr nice wirklich pizza mit sauss-holandaise aber dann auch irgendwas drauf was zur sauss-holandaise passt zum beispiel hähnchen streifen oder so war es oder brokkoli oder oder irgendwas was du gerne mit sauss-holandaise zusammen ist ich glaube es gibt sogar pizza mit spargel und sauss-holandaise ist echt lecker also ich hab's auch nicht geglaubt bis ich probierter da ist dann aber keine tomaten soße drauf also die die tomaten soße wird komplett durch hollandaise ersetzt so wie komme ich denn da hin eigentlich geht da ist so ein schnellreise dingen dazu ei und hähnchen aus switch kannst du eigentlich nichts einstellen ich merke schon es sollte ein update gekommen für animal crossing solche szenario karten sechs neue bewohner item ist ein bisschen schade dass ich von update nicht so viel habe ok ja gut animal crossing habe ich jetzt gar keinen plan von dann kann ich da jetzt ehrlich gesagt nicht zu viel zu sagen ach die karten muss man extra kaufen ach so spargel ja also ich kenne es halt nur zu spargel ja eigentlich schon ja also mein tipp mein tipp klar hört zu kind hört zu eine pizza mit sauss-holandaise foundation dann machst du schön chicken stripes oder so drauf ja oder lässt es dir drauf machen dann vielleicht brokkoli wenn dir das gefällt ja käse natürlich ne und dann vielleicht ein bisschen knofi oder so je nachdem wie knofi wie geil du knofi findest und dann zieh dir die mal rein also ich krieg jetzt gerade schon appetit drauf ich bin auch oft im zoodorf um zu singen selbst hier lieben sie die ballade ja wo musste ich dann noch mal die hibiskus abgeben war das bei irgend so einem hasen oder so ja mit brokkoli nee dir habe ich dir habe ich den honisch hier eben ich bin ganz so was hier irgendwo macht mich nicht hungrig am wochenende backe ich käsekuchen mit schoki topping irgendwas ist da aber ich komme da nicht hin ich dachte ich kann das da abschießen na wird nix knofi ist mega da einen hohen verbraucher ich kann auch alles mit knofi essen so wer von euch wollte hibiskus du nee du nicht du bist nur cute du bist nur cute und klein und hasig knoblauch ist geil ja bin ich auch nachbarn kriegen auch wohl ein stück ich hoffe das alleine niemals ich so eine pizza ist gar nichts ehrlich leider ist sie nicht vollendet aber du scheinst mir nicht besonders kunst interessiert wolltest du hibiskus hau ab niemand will mein hibiskus jetzt muss ich mir was zu essen machen ah du ich glaube du wolltest hibiskus zumindest hast du einen richtig dopen vogel ja du hast mir einen hibiskus gebracht wenn du so ein kavalier bist könntest du mir einen gefallen tun nimm den hibiskus könntest du für mich einen brief zu dr. right bringen er lebt am rand des zauberwaldes bitte si senor machen wir der food talk der macht mich wieder der macht mich wieder kirre hell ich habe auch immer das problem dass ich wenn ich kuchen mache den gar nicht schaffe ach so bei kuchen ich dachte ihr redet von einer pizza also eine pizza atme ich so weg komm weg so am rande des zauberwaldes hier müsste der sein oder ich glaube dieser dr. right oder wie der heißt es da ja ja ich bin mir sogar sehr sicher so dann gehen wir wieder zurück zum teleporter diese music hast du im spiel so ein brett mit aufgaben nee das spiel hat das gibt uns kein brett mit aufgaben so ein quest block oder so haben wir tatsächlich nicht was ich begrüße schokobrownies oh mein gott ok ein braten ein braten ist ein bisschen was anderes ein braten ist schon heavy aber da hast du dann meistens hier auch eine beilage die sättigt ach moment mal ich komme mir jetzt gar nicht vorbei ohne komete oder wie äh seriously was soll doch da lang ouch auch siegt ja genau immer wieder meine schippe sonst lege ich ja außerdem bomben herzen maybe okay ich habe echt keinen bock aufzustehen was vom stream zu verpassen nur damit ich koche vielleicht kannst du mich aufs handy mitnehmen was ist das ein brief für mich schnief das ist ja toll auch da freut er sich und sie doch mit einem foto falsche franchise stimmt habt ihr ein tablett gibst du wolltest du nicht aufstehen prinzessin peach sie ist ja so hübsch warte ich muss dir irgendetwas für deine mühe geben moment dieser besen ist alles was ich habe wäre das in ordnung das sowieso aufstehen wird überbewertet das stimmt bei allem das und so weiter ich will diesen birdie und mir fällt gerade ein er hat ein birdie und die die andere auch die die den brief geschrieben hat dafür muss ich erstmal deine vasen zerstören dafür du hast nichts dagegen sie sieht ja auch aus wie peach bei mario ja das war peach die sah nicht nur so aus ich glaube das war straight up peach oder ich kenne mich da jetzt nicht so super mit aus aber ich glaube peach erkenne ich das ist ja selda selda als crossdresser oder so link wenn dann egal ignorieren ignoriert mich einfach ja ignoriert mich einfach dieses spiel besen besen war doch oma oder oma ich habe eine besen wo ein neuer besen für mich er ist doch für mich oder ja ja ne hexe braucht ein besen ja okay danke ich gebe dir für den ich gebe dir dafür den angelhaken den ich beim kehren am fluss gefunden habe angelhaken was wirst du wohl für den angelhaken bekommen wer braucht denn einen angelhaken so fällt mir so ad hoc keiner ein angelhaken und war das nicht bowser und beuchte und so ein butler wäre schon die schlechte so ein diener ruby samba 957 so wir schauen mal was wir uns was wir einkaufen können wo wir schon mal hier sind ist ein paar bomben ein paar pfeile oder so kein herz stück 22 15 kommen wir kaufen uns ein paar pfeile grazie mille die grafik aber sehr sehr nice im spiel muss ich ehrlich sagen toll gemacht ja die grafik ist super bin ich auch das läuft auch sehr geschmeidig hin und wieder droppen die frames vor allem hier so aber das ist echt nicht wild beeinträchtigt den spiel spaß nur marginal oh moment mal angelhaken wir haben doch einen fischer wir haben doch einen angler wo ist er ist doch hier irgendwo vorsicht möchtest du eine runde angeln nein das ist schade er ist es nicht angeln flos verleihe der dude boris muschelbazar ich glaube vielleicht haben wir diese person noch nicht getroffen wenn er sein ich glaube ich war noch ein bisschen im dorf um ein prügel das huhn frame drops sind aber leider normal bei der switch leider ja leider ja damit muss man sich glaube ich abfinden wenn man wenn man wenn man eine switch kauft wobei der typische ich will sagen oh moment mal oh oh zurück ich glaube der typische switch spieler ja der switch user der ist eh nicht so auf performance und grafik aus ja er ist eher auf atmosphäre und cuteness und und äh solche sachen aus hier man hier hier waren wir doch noch gar nicht fertig wir machen statt komm her ok ja ich komme da ich komme da jetzt nicht dran ah ok plöp plöp oh gott ah Ah, wieder falsch. Oh, meine Herzen. Das sieht aber nicht mehr gut aus hier. Das sieht aber nicht mehr gut aus. Oh Gott. No. Von Anfang wieder. Crap. Oh. Piep. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Habe trotzdem Spaß und Liebe, mein Baby. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sehe das auch gar nicht als riesen-negativ, um ehrlich zu sein. Crap. Das ist hier jetzt aber noch mal ein Akt. Ich habe das Gefühl, dass ich beim ersten Mal nicht so viele Probleme hatte hier. Wie soll ich ihn denn jetzt schaffen? Das geht doch gar nicht. Was ist auf der Karte X-Knopf? Erinnerung. Oh, gute Frage. Ach so, das ist das Quest-Log. Nicht das Quest-Log, aber das Log an sich. Was soll das denn sein hier? Ach so, das ist für den Boris, glaube ich. Gefundene Zaubermuscheln 23. Gefundene Herzen und so weiter. Und dann, was der Uhu gesagt hat und so, ne? Solche Sachen. By the way, hast du schon rausgefunden, was für ein Pokémon du bist? Ich bin ein Hydro-Pie. Ganz spektakulär. Ich bin ein fucking Hydro-Pie. Oh, Moment. Ich kann einen Sprung... Ah, ich kann einen Sprint-Sprung machen. Vielleicht klappt es ja so. Ne? Passt? Okay, ich gehe hier mal raus und wieder rein. Das sollte ich mal resetten. Das ist ja albern. Nein, du sollst wieder schlafen. Diesmal weiß ich wenigstens auch wieder was zu tun ist, ne? Das habe ich vorher so ein bisschen verjessen gehabt. So. Wupsi. So. Sehr gut. Ja, das ist natürlich... Das ist ganz heimtückisch hier. Ja. Die haben mich gesandwiched. Beide drollig. Mannu. Kann doch nicht sein, dass ich hier verkacke jetzt. Ich gehe wieder raus. Muss wieder raus. Jetzt aber. Piep, piep, piep. Ach so. So meinst du das. Jetzt macht das natürlich Sinn, was du da schreibst, Blaumeise. Du gibst das vorher nicht verstanden. Tippe mal auf Johann Schnee. Nee, Blaumeise. Siehst du, da habe ich jetzt... Da habe ich jetzt den Johann falsch accused. Das ist eigentlich der Johann-Zaun. Nein, 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 nein. Andersrum. Ich hatte diese Power. Ich hatte die Macht von Greyskull. Okay, es gab eine Planänderung. Ich hatte noch Suppenmaultaschen, die dringend gegessen werden müssen. Also gibt es jetzt Maultaschensuppe. Ach, lecker. Das klingt sehr leis. Äh, nice meine ich. Para. Guten Hunger. Ah, ich habe jetzt die Ocarina erhalten. Die Ocarina. Entschuldigung. Okay. Ja, sehr fein. Wo ist die? Ein kleines Instrument mit bezauberndem Klang. Ach, den kann ich. Really? Das war echt bezaubernd. Also ich bin hin und weg. Gänsehaut. Nicht. Das ist eine Ocarina, ja. Aber keine off time. Oh, oh, oh. Und das war mein Stichwort. Die Maultaschen zu schneiden. Danke. Paranoid. Schön scharf. Ich habe etwas... Oh, lecker. Lecker. Lass es dir schmecken. Kann man die Star... Kann man die Waffen nicht stärker machen, wie bei Starro? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube nicht. Vielleicht so einmal. Ein einmaliges Upgrade kriegt man eventuell. Durch ein neues Schwert oder so. Aber... Aber nee. Aber so ist Zelda auch nicht. Mit Upgraden und so. Das ist nicht Zelda. Selbst bei Breath of the Wild. Da hattest du immer ein Schwert, ja. Und du musstest das Wendern durch ein anderes ersetzen. Ich glaube, seine Waffen verstärken konnte man nicht. Also ich mache das hier gerade nur um ein paar Herzen zu sammeln, Leute. Nicht für die Rubies. I promise. Plupp, 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 plupp. So. Hier sind die Herzen auch voll. In den Laden gehe ich auf gar keinen Fall rein. Also wir haben jetzt die Ocarina. Ocarina. Was haben wir damit? Aber was sollst du auf ihr spielen? Ja, gute Frage. Ich tue die mal erstmal wieder weg. Nur die Kleidung. Ah, die Kleidung schon, ja. Okay. Und mit dem DLC konnte man das Master-Schwert noch upgraden. Meinst du jetzt Breath of the Wild oder hier? Link Awakening. Sunnyline. Ja, gut, ne? So, jetzt lassen wir mal wieder mal hier überlegen. Telefon. Wo ist Telefon? Da ist Telefon. Sag mich mal, was ich so donnere. Ich habe nämlich gerade kein Plan. Tut, tut, tut. Der Angler in Mövendorf angelt nicht nur am Teich dort, sondern manchmal auch unter einer Brücke in der Zwergenbucht. Besuche ihn dort doch mal. Das freut ihn. Zwergenbucht unter einer Brücke. Wo ist die Zwergenbucht? Da. Da quasi. Äh, ja. Wie zum Henker komme ich denn da hin? Hier. Ja, ja, stimmt. Ich muss die Treppe hier runter. Dann hier hin. Nee, ich muss zum, ich muss im Endeffekt nur zum Zoo, zum Zoo-Dorf. Ergo hier hin. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Könnte ja sein, dass man eine Note finden muss. Ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Oh, 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 oh. Ich kann ja, im Wasser kann ich ja gar nicht zuschlagen. Yay. Eine Zaubermuschel. Ich werde verrückt. Ja, ist okay. Das schon wieder. Nee, Moment, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Obwohl, Moment, vielleicht komme ich ja von hier irgendwie auf der anderen Seite raus. Ja, ich glaube, hier bin ich auch noch gar nicht lang. Schaut mal, da sind auch noch Herzen. Sehr geil, ein Herzteil. Yes, yes. Danke. Also, auf der anderen Seite wieder raus. Ups. Warum bin ich jetzt hier? Hier geht's wieder runter? Das ist die falsche Richtung. Okay. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Na toll. Vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Äh, ja. Immer diese bösen, bösen Strafen. Hehe. Jetzt musst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen. Ich liebe den. Das geschieht dir recht. Bis dann. Tschö. Den feier ich enorm. Ach, jetzt zu 60 Bomben. Na, das geht. Das geht, ja. Ja, das war zwar echt schön und witzig, aber, ähm, äh, bleib ich durch. Ja. Wie komme ich denn jetzt da auf die andere Seite? Ups. Ja. Jo, Enda, was geht's? Huhu. Alles roger. Was macht die Kunst? So, jetzt nochmal. Also. Ich muss im Endeffekt zum Zoo-Dorf. Ja. Aber ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, warum er mir das nicht als Schnellreise-Dingen anzeigt. Doch, macht er doch. Was ist los mit mir? Geht, geht. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Mehr tragen zu gönnen ist wirklich eine schlimme Strafe. Also haben wir uns beide erinnert, finde ich super. Achso. Es ist eine Fallout-Geschichte. Wow, wow. Au. Ich krieg dich. Was meinte er nochmal? Genau, runterbrücken. Achso. Oh. Eher ein Maultasch-ception. What the fuck? Maultasche in einer Maultasche. Das ist... Klingt lecker. Ich wünsche, der würde sich erschrecken, wenn wir hier so rausspringen. Wie kann ich denn, äh... Hallo? Ich bin's. Das Link. Achso. Oh. Äh, du hast da doch nicht etwa einen Angelhaken in der Hand. Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay. Sperr deine Augen auf und sie genau hin. Ist wie der Truthahn. Der Truth-Truthahn-Hahn. Ich kenne das auf Englisch. The Turtur-Kiki. Wir reden beide von How I Met Your Mother, ne? Liebe geht raus. Was für ein Riesenbrocken. Eine Perle. Natürlich. Eine Perlenkette. Eine Perlenkette. Wem schenke ich eine Perlenkette? Ich weiß es nicht. Erstmal weg hier. Ja, hier gab's nichts weiter. Oh. Oh, du? Du? Ja, stimmt. Da ist ja meine Perlenkette. Ich gebe dir auch eine Schuppe. Was macht der da? Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst, ja? Aua, nur eine. Okay. Schuppe. Ja, was mache ich jetzt damit? Gute Frage. Wenn kein deine Schuppe will. Piep, piep. Aber ich merke gerade, dass ich hier noch gar nicht unterwegs war. Ne, doch. Hier war ich. Hier habe ich ein Herz, äh, links eingesammelt. Ein Herzstück. Hier rein. Oh. Räumst du immer noch deinen Schreibtisch auf? Ist er denn so messy? Wie lange braucht man, um einen Schreibtisch aufzuräumen? Fischmaul. Lange. Hey, Sato. 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 Was geht? Der Sand sieht voll nice aus. Sucht Meise wieder Impfpässe. Piep, 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 piep. Au, 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 au. Wie putzig die sind. Mit ihren süßen Poppies. Da frage ich mich ja, wie die unter der Maske aussehen, ne? Ich hoffe hässlich. Dann tut es nicht so weh, dass ich die töten muss. Ich habe Pommes. Nein. Stream hat voll gehackt gerade. Bin wieder da. Hey. Welcome back. Oh, Pommes ist nice. Guten Hunger, Sato. Credenz dich schön. Ja, äh, ja. Wie komme ich jetzt da hin? Ich möchte gerne da hin. Schieben ist nicht. Springen ist auch nicht. Vielleicht warten wir noch. Autsch. Pommes mit Soßen denn? Weil Pommes ohne Soßen. Geht sowas überhaupt? Und ja, ich sagte Soßen. Plural. Mayo. Okay, Mayo ist nice. Wenn ich auf die Papierstapel auf meinem Schreibtisch schaue, würde ich sagen, es dauert drei bis vier Jahre. Uff. Uff. Das tut mir leid. Oh, oh, das ist ja weird. Okay. Töten. Mayo ist Liebe, ja. Mayo und Remo auch. Mischee immer Mayo und Ketchup, ja, das geht, das geht. Mach ich auch noch. Ja. Ja. Ich finde die Melodie so trocken. Ne, also nö, will er auch nicht, wahrscheinlich fehlt mir irgendwas, wahrscheinlich fehlt nicht. Ja, so ne Tube, stimmt. Stimmt, so rot-weiß. Mayo und Ketchup halt, ne. Das war sicherlich nicht grün-blau. Obwohl, kommt drauf an, wie lange die steht. So, Keyhammer. Jo, der wirft sogar mit Knochen, der Rote. Wichtig. Wichtiger Hau-Degen. So, kommen wir mal hier. Au, au, au. 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 Junge, chillt. Okay, schieben kann ich das gar nicht. Ich dachte, ich muss die Dinger schieben. Oh, das ist ja eine Riesen-Dungeon. Das checke ich ja jetzt erst. Gab es zu Halloween grünen Ketchup? Oder hätte ich echt so ein bisschen ein weirdes Gefühl, wenn ich grüne Ketchup essen würde? Ketchup bin ich allgemein kein Freund von, auch wenn es lecker ist. Für Geld läuft man auch mal in fliegende Messer rein. Aber Mayo und Chili klingt interessant. Ja, Chili-Mayo. Chili-Mayo. Wo habe ich zuletzt Chili-Mayo gegessen? Ich glaube, in einem Burgerladen gab es das zu Pommes. Feier ich. Mag ich. Aber Mayo und Chili, hallo. Das passt wie Faust aufs Auge. Ich mag ja auch. Boah, Leute. Was habt ihr für Aioli übrig? Aioli. Also, Aioli mag ich sogar noch mehr als Mayo. Gib mir Aioli. Und gib mir Brot. Und ich esse das den ganzen Tag. Da kenne ich nichts. Wie geil ist Aioli. Ich weiß noch nicht mal, was Aioli sein soll. Was ist das? Knoblauch-Mayo oder so? Ich weiß gar nicht. Aber es schmeckt. So, was schießt du denn hier rum? Ah, nein, nein, nein. Ich habe doch. Hallo. Sag mal. Geht's noch? Geht's noch? Oh, Kräuterbutter ist auch nice. Wenn du beziehungsweise türkische Pizza esse ich immer mit Knoblauchsoße oder Kräuter und Chili. Das ist wahre Liebe. Aioli oder Aioli, französisch, aus dem okzitanischen. Okay, alles klar. Knoblauch und Öl ist eine aus dem Mittelmeerraum stammende kalte Creme, die vor allem das Knoblauch, Olivenöl und Salz besteht. Aber Öli wird dir vor... Ja, aber die ist doch... Aber die ist doch inzwischen so Mario-mäßig. Das ist ja nicht mehr nur Knoblauch und Öl. Sagt Wikipedia. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber... Okay, interessant. Oh, 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 oh. Boah, ich kriege hier aber ordentlich was ab, ne? Aber das ist auch unfair hier. Was ist das denn hier für eine Stelle? Oh, ich brauche dringend wieder Herzen. Was springt der doch eh wieder nicht hin? Fehlt mir was? Fehlt mir irgendwas? Ich habe das Gefühl, mir fehlt was. Wie soll... Hä? Wie soll das denn gehen? Wie soll ich das denn machen, ohne mich zu verletzen? Einfach mal versuchen. So, jetzt wird gestemmt. Guten Hunger. Oh, Sunny, viel Spaß. Viel Spaß mit Germany's Next Topmodel. Ist eigentlich... Sind diese Topmodel eigentlich noch... Bewegen die noch irgendwas? So karrieretechnisch. Oder sind die einmal Model gekürt und gut ist? Haben die danach noch so laufende Verträge und so? Mit irgendwelchen Modehäusern? Weil diese erste Topmodel, die musst du doch irgendwann ein Fußballer heiraten, damit die sich übers Wasser hält, oder? War das nicht so? Diese Lena... Wie war irgendwann mit dem Kedira zusammen? Ich will jetzt nichts unterstellen, oder so, aber... Come on. Sag mal, jetzt kriege ich hier aber echt auf den Deckel, ne? What is happening? Fuck off. Ich kriege auch gar keine Herzen mehr wieder. Piep, piep, piep. Sie bewegen ihren Körper von A nach B und fühlen sich fancy. Ja, aber ich meine, ob die karrieretechnisch, also karrieretechnisch nachdem, nachdem die das gewonnen haben, nachdem die Germany's Next Topmodel gewonnen haben, ob die da noch was reißen, meine ich. Mach Tür weit und Tore breit. Es kommt der Herr der Glückseligkeit. Winkt Chad wie die Queen zu. So, oder was? Hey, Kierden, was geht? So, was sagt das? Kannst du ein Skelett nicht mit dem Schwert bezwingen? Und dann setze eine Bombe ein. Oh. Okay. Dieses Skelett. Ja, da habe ich jetzt auch sehr viel, äh, Herzen noch übrig, um den zu bezwingen. Oh Gott. Oh Gott. Ey, sag mal, nicht so aggro. Kommst du hier drauf irgendwas? Machst du da drauf irgendwas? Ne, das sah nicht richtig aus. Autsch. Das sah nicht richtig aus. Ja, das war's. Das war's. Der Lebenssound der Stresste. Wie so ein Wecker, ne, klingt der? Bip, bip, bip. So, Fischmaul. Die zweite. Diesmal versuchen wir da mal mit ein bisschen mehr in Gesundheit reinzugehen. Wobei es wieder dünn aussieht, muss ich sagen. Es sieht wieder dünn aus. Autsch. What? What? so, konzentration Sato rennt dann mal weg, wollen wir einen Arzt schicken? Okay, Blaumeise macht gerade Method Acting. Ist das richtig, ey? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sah noch nicht richtig aus. Stirb! Hell yeah! Du bist stärker als ich noch, aber ich komme wieder. Ja, was geht denn hier, Mann, mit diesen? Mir fehlt noch irgendein Gadget. Mir fehlt noch irgendein Gadget. Danke für die Nominierung. Ja, ihr nehmt einem ja die ganze Dings weg. Die ganze Überraschung, den ganzen Überraschungseffekt. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Mäh, ich mache dir nicht mehr. Bep, 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 bep. Whoopsie. Woh, fuck. Oh. Was, was geht denn? Ist der Kleine Mann von nebenan, der für starke, schwieriger? Klingt wie so ein Anwaltslogan. Dann wird Schwester Dago VIP. Ich habe, ich habe nicht mehr so viele Slots frei. Ihr könnt ja drum kämpfen. Kämpft. So, Moment. Flup. Very nice. Dort, wo sich das Licht der Fackel kreuz, musst du tauchen. Moment, 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 Moment. Das Licht der Fackel. Ich meine, tauchen ist hier keine Option. Wahrscheinlich, äh, meint der nicht hier. Zieht sein Messer. Spielt da so toll über Reiche. Über, überlege es mir zu kaufen. Also wie gesagt, es macht, es macht wirklich Fun, Aileen. Es macht wirklich Fun. Autsch. Oh, ein Runder. Was bist du denn? Pfefferspray in dem Messerkampf. Good luck. So, mir fehlt doch irgendwas. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie ein Wurfhaken oder so, den ich da, 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 hallo. Oder muss ich da vielleicht ein Pfeil reinschießen? Ne. Mir fehlt irgendwie so ein Wurfhaken oder irgendwie sowas, ja. Ich kann da ja sonst nicht hoch. Pöbel? Mein Essen hat zu viel Käse intus, dass ich die Laktose schon von 20 Meter rieche. Zu viel Käse geht erstmal nicht. Nicht in meiner Welt. Aber Laktose ist bei mir inzwischen auch ein Thema. Von daher verstehe ich dich. Ah. Wow. Chill. Was mache ich jetzt hier? Nee, nee. Mir fehlt was. Mir fehlt doch eindeutig ein Gadget. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder hier. So einen Moment, wo die Lichter der Fackeln sich kreuzen, meinte der Dude, ne? Das geht inzwischen auch. Ja, hier geht nicht. Aber ich sehe gerade. Okay, da macht er zu, ja. Ich feiere diese Velody. Die ist so schlecht, dass ich die geil finde. Ehrlich. Ein Pöbel. Körper findet das nicht so smegsy. Aber juckt mich das? Nö. Scheiß aufm Körper. Weiter gehts, Käse mamachen. Ja äh, ich komme hier nicht weiter. So, Moment. Moment. Warum bin ich da nicht lang gegangen? Was war da los? Wir versuchen das mal, versuchen das mal. Upsi. Was war da los? Hier war Captain Skelett. So, was ist, ne? Was mache ich hier? Also, ich kann nochmal versuchen mit der Schaufel. Ich meine, hier liegt Sand. Da ist die Schaufel eigentlich naheliegend.